Wunderschöne Karte. Und dann wollen wir uns zu einem, ja, Doppel-Upload heute. Die VfB-News folgen noch. Jetzt gehen wir erstmal die Ratings an vom VfB in FIFA 22. Für alle, die da wieder Bock drauf haben auf das Game oder wie ich halt jedes Jahr auch das neue kaufen, weil es so das einzige gescheite Fußball-Game ist, so auf dem Markt. Die Jungs von Tisi Schubech, Videos da verlinkt natürlich unten, durften gestern nämlich die ganzen FIFA 22 Ratings leaken oder halt veröffentlichen quasi und davon nehmen wir es sehr und vergleichen so ein bisschen FIFA 21 zu FIFA 22. Natürlich auch immer mal so eine persönliche Meinung, gerne von euch in die Kommentare rein, ob das denn so verdient ist, ob das zu hoch ist, zu niedrig ist, ob die Werte stimmen. Solche Geschichte und wir fangen ja quasi mit dem, ja, wie soll man sagen, vermutlich besten VfB-Zocker an. Ich glaube, das war irgendwie mal so irgendwann mitbekommen, dass Karas so einer der besten ist beim VfB-Team. Sonst ist es eigentlich eine recht, ja, random Reihenfolge. Also ich gehe jetzt nicht irgendwie von Silber zu Gold und sowas. Einfach random. Karas so hat quasi genau die gleiche Karte bekommen. Also Real Talk. Der hat sogar eine Physis verloren, das ist wahr. Die Karte ist genau gleich, was ich ein bisschen schade finde, weil er wird oder wird gerade ja auch mehr oder minder zur Stammkraft, gerade wenn Manga da so angefehlt hat. Ja, also ich will jetzt gar nicht um Goldkarte raus, das ist übertrieben, aber 70 ist halt so nah an einem 60er oder einem Rating mit einer 6 davor quasi. Einen Ticken höher vielleicht. 72, 73 hätte es auch getan. Und dass ich wirklich nichts getan hätte zwischen letztem Jahr und diesem Jahr, stimmt halt einfach nicht. Bei den Karten und so hangele ich mich natürlich hier zwischen Footbin, Foothead und den ganzen Seiten, so wie man und her. Predlo, letztes Jahr 69, hat jetzt eine 68 bekommen, hat ein Downgrade bekommen. Ich meine, klar ist, der Zweite Keeper spielt nicht viel. Trotzdem unnötig. Er hätte es auch bei 90 belassen können. Also Downgrade hat er nicht verdient. Aber gut, als Zweite Keeper, ich weiß nicht, wie viel Wert da EA drauf legt, dass er da irgendwie genau die spezifischen Werte und sowas sich anguckt. Deswegen, ja, Silberkarte, Zweite Keeper, was will ich da machen? Unser Stammkeeper, Florian Müller, hat ein Upgrade vom Plus Eins bekommen. Geht, glaube ich, in Ordnung. Letztes Jahr 76, hat er aber auch da, glaube ich, ein 81er in Form bei Freiburg. Und ja, wie gesagt, Karte geht, glaube ich, vollkommen in Ordnung so. Dann kommt Dinos Mafropanus mit, wie letztes Jahr, einer sehr, sehr starken Silberkarte. 77 Tempo, 74 Dev, 78 Physis, ist schon sehr, sehr geil. Aber halt, was ich ein bisschen schade finde, ist, ist genau der gleiche Wert. Beides eine 73. Hätte vielleicht einer 75 schnuppern können, vielleicht mit ein bisschen Glück. Oder zumindest irgendwie den einen Punkt als Upgrade auf eine 74 bekommen, weil er war halt wirklich, bis auf die verletzten Serie natürlich, war er, ja, eigentlich Stammspieler. Und da kein Upgrade, finde ich ein bisschen schade. Aber die Karte nennt sich sehr, sehr geil, gerade für eine Silberkarte. Der Jude Pascal Stenzel hat zwei Sachen bekommen. Er hat eine Minus 2 im Rating bekommen und auch eine Positionsumwandlung. Er steht nämlich als Innenverteidiger drin, statt letztes Jahr noch Rechtsverteidiger. An den Stats hat sich jetzt nicht unbedingt viel verändert. Natürlich alle einen Ticken schlechter wegen dem Rating. Ist ein bisschen runter, tut weh. Gerade auch nicht mehr so die Stammkraft. Auch gar nicht im Kader gewesen gegen Frankfurt zum Beispiel. Ja, also läuft in Real Life genauso wie in FIFA nicht so ganz beim Pascal. Das, was für guten Dinos nicht zuteil wurde, wurde Mark Oliver Kempf zuteil. Der hat eine sehr, sehr schöne Karte bekommen. Auch eine Rare-Karte ist immer ein bisschen schöner als Non-Rare. Ja, 76 Tempo, 76 Def, 77 Physis ist quasi ähnlich wie ein Mafropanos. Aber er hat eine 76 bekommen. Eine Goldkarte um 2 nach oben und Tempo tatsächlich um 9 nach oben. Also sehr, sehr stark. Ich weiß nicht genau, wo das herkommt. Ich finde, keine Ahnung, Dinos ist schon nochmal schneller als ein Kempf. Im Pace ist er, glaube ich, 1 jetzt mehr der Dinos als Kempf. Aber gut, Pace-Bert hat sich ja gezeigt. Jetzt ist es FIFA wieder ein bisschen fragwürdig verteilt manchmal. Aber so, sehr, sehr geile Karte. Sehr, sehr schöne Starterkarte. Vielleicht auch für ein billiges Bundesliga-Team. Und sonst natürlich wäre, wie ich oder viele VfB-Fans, sich irgendwie im VfB-Team mal baut in der Zeit. Im Ultimate-Team oder eben auch im Karrieremodus. Eine sehr, sehr schöne Karte, finde ich. Ja, und wäre da nicht Dinos doof gesagt, hätten wir unsere 3er-Kette alles in Gold. Weil Anton hat ein 3er-Upgrade bekommen. Sehr, sehr schön, auch sehr verdient. Auch wenn die Werte sich selber jetzt nicht groß verändert haben, tatsächlich, wenn man über die Karten vergleicht. Aber 3er-Upgrade bekommen ist jetzt eine Goldkarte und auch Positionswechsel, der auch so Sinn gemacht hat. Jetzt kann man wirklich in der IV zocken und nicht quasi von ZDM in die IV stellen. Wenn man uns realitätsnah nachbauen würde, das ist FIFA. Ja, schönes Upgrade, schön für die Innenverteidigung. Passt. Und hier kommt ein sehr, sehr schönes und auch sehr, sehr verdientes Upgrade. Generell natürlich viele Upgrades so ein bisschen, weil die Saison natürlich deutlich besser war, als wir vielleicht erwartet hätten alle. Und nebenher auch nach dem Aufstieg, da hast du erstmal nicht die Mega-Mannschaft, was FIFA-Ratings angeht. Sosa plus 8 bekommen. Sehr, sehr geil. Jetzt ist von Linksverteidiger zu Linker Außenverteidiger an FIFA umgestuft worden. Aber juckt positionsmäßig auch nicht großartig. 79 Pace ist natürlich schade, weil auf der Karte sieht immer eine 8 vorne ein bisschen schöner aus. Hätten sie vielleicht auf die 80 noch aufrunden können. Sonst eine sehr, sehr schöne Karte, auch passend um 10 nach oben. Wahrscheinlich auch die Flankenwert jetzt recht gut. Das müssen die Ingame-Stats dann später nochmal irgendwie zeigen. Die habe ich jetzt hier nicht mit am Start. Aber schönes Upgrade für den Borna. Sehr, sehr verdient. Guter Linksverteidiger. Und Silber-Biest noch letztes Jahr. Orel Mangala von 72 auf eine 76 hoch. Plus 4 bekommen. Die nächste Gold-Karte, die auch sehr, sehr schön aussieht. Sehr, sehr schöne Allround-Stats, wie man so schön sagt. Ja, schönes Upgrade. Zwei Pace verloren. Ja, muss nicht sein. Aber von mir aus, schönes Upgrade bekommen. Die nächste Gold-Karte. Wir haben ein paar Gold-Karten, was beim VfB echt in letzter Zeit ja selten gewesen ist. Deswegen freuen wir uns über diese Karte. Dann kommen wir zu einer Karte, die nicht so die große Aussagekräftigkeit hat. Weil eben in diesen Bronze-Bereichen immer schwierig zu bewerten. Hat auch keine FIFA 21 Ultimate Team Karte. Wenn ich jetzt wieder in SoFIFA reingehe. Das kennt man wahrscheinlich so als das Portal für Potenziale und sowas im Karrieremodus. Da auf dem neuesten Stand hat er eine 61, die da eingezeigt wird. Er hat jetzt eine 62. Gut, Upgrade. Aber immerhin hat er seine erste richtige Karte bekommen. Ja, und hier beim guten Clinton Mola hat sich natürlich auch ganz logischerweise absolut nichts getan hat. Er hat nicht gespielt. Ganz sehr verletzt gewesen. Jetzt kommen wir langsam wieder zurück. Gucken wir, was er in den ersten Einsätzen für uns bekommt. Ja, gleiches Rating. Minimal was in den Stats. Ja, was willst du denn machen mit seiner Verletzung? Dann so wieder bei einer Karte, wo sich quasi nichts getan hat. Nicht großartig viel was getan hat. Selbes Rating. Philipp Klement, ja, auch vor allem letztes Jahr nicht so viel an Einsätze kommen. Dieses Jahr wieder ein bisschen mehr. Aber ich glaube, dass sich da nicht viel getan hat. Ja, geht glaube ich in Ordnung. Wir kommen zum Capitano Vataru Endo. Schönes Plus-3er-Upgrade bekommen. Letztes Jahr auch schon eine der wenigen Karten gewesen, die eine Goldkarte hatten bei uns. Jetzt hat er eine 78. Ein bisschen mehr Satz-Gerans-Sets getan. Sehr, sehr schönes Upgrade. Gefällt mir. Sieht gut aus der Capitano und FIFA 22. Wir gehen von Plus-3 zu Minus-3. Ja, Tormi auch an der wenigen Goldkarten letztes Jahr gewesen. Wie schon gesagt. Und jetzt runter auf die 72. Hat er nicht viele Einsätze bekommen. Stats natürlich auch dementsprechend ein bisschen runter. Ja, tut weh runter von der Goldkarte. Aber geht, glaube ich, in Ordnung. Und ihn hier hat es auch ziemlich böse erwischt. Die David geht runter. Minus-2. Nicht mehr selten Gold, sondern selten Silber. Ein Pace-Down-Grade von 12. Da kommen wir dann tatsächlich einfach dieser EA-Faktor rein, dass du quasi, wenn du ein bisschen älter wirst, auch direkt kein Tempo mehr hast. Mein Zuschauer ist es auch nicht mehr. Aber trotzdem natürlich ein böses Downgrade für Daniel Didavi. Und jetzt kommen wir hier natürlich gerade für uns hier auf dem Kanal. So eine absoluten Go-Test-Lästerung. Bestes Wortspiel des Jahrhunderts. Philipp Förster hat da oben keine 99 stehen. Kann, ja, können die wenigstens, glaube ich, verstehen. Aber, ja, immerhin. Bloß zwei Upgrade haben wir bekommen. Von einer 70 auf einer 72. Position hat sich angepasst aufs ZOM. Der Schnauze ist aber noch am Start. Deswegen, wunderschöne Karte. Und wir kommen zu einem saftigen Upgrade, das aber auch 100% verdient ist. Einfach schon anhand von dem, wie oft er bei uns spielt. 60er Rating letztes Jahr gehabt. Der gute Matteo Klimowitsch. Und jetzt eben 69. Man, letztes Jahr, klar, im Aufstiegsjahr da auch nicht so viel gespielt. Der war ja mit dem Koulibaly und Leuten aus dem Kaliber quasi, die ein bisschen den Weg über die zweite Mannschaft noch genommen haben. Wahrscheinlich nicht so bekannt bei ihr einfach. Deswegen hat er 60 in den Bronze-Bereich eingestuft. Jetzt hat er schön gezeigt, was er kann. 69 ist, glaube ich, dementsprechend. Passt. Dribbling-Stats sind hoch. Tempo ist hoch. Oder was heißt hoch? Aber für Silberkartenwerte hoch. Deswegen geht, glaube ich, in Ordnung, wenn der Kerl sein Potenzial noch ein bisschen mehr ausschöpft, noch ein bisschen mehr macht. Da passen auch, böse gesagt, die 58 Schuss, weil daran hapert es oft noch. Aber ja, immerhin einen Punkt nach oben hat der gute Roberto Massimo bekommen. Auch zwei Pace nach oben bekommen. Das ist natürlich der Hauptset auf der Karte so. Schöne, schnelle Silberkarte da bekommen auf rechts. Geht, glaube ich, in Ordnung. Aber da natürlich auch viel Potenzial da. Da müssen wir nochmal irgendwie ein Extra-Video drehen, doof gesagt, und da gucken, was dann final an Potenzialwerten steht. Vor allem in so FIFA und Karriere-Modus und so Geschichten. Da müssten ja einige in sehr hohe Regionen gehen können. Wie auch Hukimovic oder wie jetzt auch in Massimo. Da gibt es ja einige, die jetzt noch viel Potenzial haben, aber eben die Basic-Karte jetzt noch nicht so hoch geratet ist. Und wir haben ein zweistelliges Upgrade. Plus 11 beim guten Tongs. Wie gesagt, selbes Ding wie bei Hukimovic. Einfach noch nicht groß bekannt gewesen. Dann kriegen sie meistens so eine Jugendspieler-Talent ohne Eindruck Bronze-Karte quasi, doof gesagt. Sehr, sehr schön. Rating geht, glaube ich, auch fit erstmal. Schade, dass das Tempo auch nur auf 79 hoch ist. Würde ich da auf jeden Fall ein Stat mit 80 geben. Finde ihn schon ein bisschen schneller. 77-Tripling geht in Ordnung. Ist ja auch so sein Hauptding. Diese Quirligkeit. Deswegen Silberkarte schönes Upgrade bekommen. Sehr schön für den Tongs. Und wir kommen zu dem, von dem die Rückkehr so dermaßen ersehnt ist. Ja, Silas Katompa Mwumpa hat die Goldkarte. Immerhin das. Plus 5 bekommen. Und jetzt ist ja ein absoluter Cheatcode als Silberkarte. Und dann später auch als diese Silver-Stars-Karte war es, glaube ich, dann eben natürlich auch als Team of the Season eine Bombenkarte gehabt. Natürlich auch mit den Dribbling-Stats, den ich glaube sogar 5-Stellen-Skills müsst ihr haben. Jetzt, ja, wie gesagt, immerhin ist er Gold. Wird wahrscheinlich auch von einigen gespielt werden in Starter-Teams, eben wegen Skills auch. Aber ja, ein bisschen höher sind es schon werten können. Also 77, 78 wäre schon drin gewesen. Ich habe vorhin quasi noch vor der Aufnahme gesehen, oft wird da irgendwo den Vergleich, dass ein Füllkrug von Bremen, glaube ich, eine 76 hat und damit höher gewertet ist als einen Silas. Das ist halt purer Bullshit natürlich. Auch Tempo wert. Er ist um 2 Tempo zurück. Ich weiß nicht, ob sie das seine Verletzung schon mit eingerechnet haben oder was. Es soll, hätte für mich auch ein 90er-Stat verdient im Tempo wert. Ja, schade in weiten Teilen von der Karte. Aber immerhin Gold. Und natürlich auch eine sehr, sehr geile, quirlige Karte, die das Silas da bekommen hat. Ja, Sascha Kalajc ist auch eine Karte, die man sehr erwartet hat und sehr gespannt war, was da kommt. Und ja, mit das Schönste ist einfach das Upgrade. Also er hat eine Plus-10-Upgrade bekommen. Es ist eine Goldkarte, absolut hoch verdient. Aber nach der Saison kriegt er auf einmal 11 weniger Tempo, was ich nicht ganz verstehe. Schuss, ja, 73, klar. Aber er war mit einer der besten Torschützen in der Saison und mit einer der besten Scorer. Finde ich sehr, sehr schade. Da wäre mehr drin gewesen bei der Karte. 100-prozentig. Letztes Jahr auch ein Inform gehabt. Ich glaube, auch mit einem 76er-Rating der Inform damals. Also sehr schade. Schön, dass er Gold ist. Schönes Upgrade. Aber die Karten-Stats sind es nicht so. Und unsere, ja, Nummer 1-Eigengewächshoffnung, würde ich fast so ausdrücken. Linian Eklov hat eine 60 plus 1 nach oben, aber halt auch, ne. Noch keine Chance gehabt, auch Verletzungen gehabt. Ich glaube, letztes Jahr vielleicht zwei, vielleicht drei Einsätze bekommen in der ersten Mannschaft. Natürlich per Einwechslung dann. Ja, deswegen, da kann sie eh nicht viel machen. Immerhin eins nach oben bekommen, aber dass sie an der Karte nicht viel tut, war auch klar. Eine Minus-Eins hat der gute Hamadi Al-Ghadoui bekommen, leider. Aber ich meine, wenn man es mit der 2. Liga-Saison vergleicht, natürlich, was ja quasi der Auslagepunkt für FIFA 21 war. Irgendwo verständlich vielleicht, weil er natürlich noch ein bisschen mehr gezockt hat, ein bisschen mehr zeigen durfte von sich in der 2. Liga. Aber natürlich so schade. Aber gut. Und Backup-Stürmer-Werte haben sich ein bisschen verändert. Natürlich ein bisschen schlechter geworden. Aber sonst, ja, kann es da ja auch keinen großen Vorwurf machen. Natürlich für uns ein bisschen schade. So ist er, ja, schon ein sehr sympathischer Kerle. Aber, ja, Minus-Eins für Hamadi. Und er durfte letzten Spieltag sein Bundesliga-Debüt feiern für uns nach Einwechslung in Frankfurt. Ömer Bayers hat das Plus-Sex bekommen im Rating. Da hat mir irgendwie Futhett aus irgendwelchen Gründen kein Bild ausgespuckt für die Karte. Aber sei es drum, kleines Upgrade bekommen. Auch bei ihm natürlich mit das Interessanteste, der Potenzialwert von Karrieremodus. So als Ultimate-Team-Karte, als Bronze-Karte. Nicht unbedingt spielbar, natürlich. Wer laut Futhett noch keine FIFA 21 Ultimate-Team-Karte hatte, war Enzo Milo. Der hat aber jetzt irgendwie auf dem aktuellsten Stand von SoFIFA, also der Karrieremodus-Basis, eine 64. Ist da drei hoch, jetzt in den Silber-Rängen-Reingang. Auch sehr schön für unseren Neuzugang. Quasi genau das Gleiche gilt auch für Nathan, nur dass er eine richtige Karte hatte. Aber das Gleiche gilt, Plus-Dreihe ist von dem, gerade so noch Bronze-Bereich, in den Silber-Bereich-Reingang. Nach seiner Leihe zum SV Sandhausen letztes Jahr. Auch sehr schön, auch ein paar brauchbare Stats dabei. Schöne Silber-Karte für auch so gesehen unseren Neuzugang. Er hat auch bisher noch kein Spiel gemacht für uns. In den letzten zwei Jahren ausgeliehen geworden. Deswegen so gesehen auch Neuzugang. Und auch ein sehr dickes Upgrade bekommen. Und natürlich auch mein Bild jetzt wieder auf der Karte. Er hat Futhett auch wieder kein Bild ausgespuckt für letztes FIFA. Aber wie gesagt, sei es drum. 61er-Rating hatte damals Omar Mammusch, unser Neuzugang. 9 obendrauf, ein 70er-Rating. Hat auch 20 Tempo obendrauf bekommen. Wahrscheinlich letztes Jahr nicht groß bekannt gewesen. Und vor allem die Rückgröne dann bei St. Pauli. Das ist nicht bemerkbar gemacht. Und hat, ja, wenn man mal vergleicht mit der Silas-Karte letztes Jahr. Der war, glaube ich, eine 69 dann. Habe es gar nicht mehr richtig im Kopf geraten. Aber auch Tempo-Wert sehr, sehr hoch. Dribbling-Wert hoch. Der könnte so ein bisschen ein quirliger Silas werden. In Silber-Karten-Version natürlich vom letzten Jahr. So auch sehr schöne Karte. Auch Rare-Karte bekommen. Sieht sehr, sehr nice aus. Und natürlich auch Nationalitätswechsel durchgemacht. Die Karte zwischen 21 und 22. Und wieder ohne Bild. Aber da hat es sich sowieso genug gewundert, dass er eine Karte schon hatte. Eine 49er-Karte hatte er. Der gute Alu Kohl. Damals noch natürlich bei seinem australischen Klub. Jetzt hat er plus 6 bekommen. Eine 55er-Karte beim VfB. Schönes Pace-Upgrade bekommen. Aber sonst, klar. Bisher auch nur in der Zweitmannschaft gespielt. Keine große Aussagekraft. Mal gucken, was da auch das Potenzial sagt. Im Karriere-Modus ist das, glaube ich, ganz interessant. Aber natürlich so als FIFA-Karte. Schön, dass eine da ist. Aber mehr auch nicht. Bei Armada haben wir das selbe Problem, dass er keine richtige FIFA-Karte hatte. Letzter Stand von so FIFA ist eine 60 beim VfB. Natürlich auch da wieder das interessanteste Potenzial. Aber, ey, Furz vor Silber-Karte. Plus 4 bekommen. Ein paar Einsätze hatte letztes Jahr. Teilweise gut gespielt. Teilweise durch Aktionen wie die rote Karte. Und ja, Elfmeter verschuldet und sowas. Noch nicht ganz glücklich in unserem Trikot. Bisher aufgetreten. Jetzt auch wieder verletzt. Aber kämpft, glaube ich, gerade wieder zurück auf dem Platz. Plus 4. Sieht dann noch schön Rare-Karte für Bronze-Teams aus. Aber mehr auch nicht. Und der Deadline-Date-Transfer hat sich auch ein zweistelliges Upgrade bekommen. Plus 10. Wahid Fahir. 54er-Karte hat er noch gehabt. Er hat eine 64 bekommen. Also kratzt er auch mit seiner Rare-Karte. Kratzt er an einem Silber-Status quasi. Ja, von dem, klar, noch nichts gesehen bisher. Aber mal gucken, wann der zu seinen Einsätzen kommt. Das wird auf jeden Fall noch passieren, glaube ich. Vermehrte bei Einwechslung vermutlich eher. Da wird man gucken, was an der Bronze-Karte stimmt und was nicht. So kann man noch nicht viel dazu sagen, glaube ich. Und zu dem Eigengewächs aus der Jugend zu Jordan Mayer gibt es auch noch gar nichts. Außer wie vor 1. Deswegen kein Vergleich. Wer hat Schadepner 60 rein. Ein akzeptabel im Bronze-Bereich. Und dann, ja, wie gesagt, auch da wenig Aussagekraft zu der Karte bisher. Und die letzte Karte, die es im Video zu sehen gibt bei Tisi Schubech, ist der gute Momo C. Der kam letztes Jahr, glaube ich, auch knapp vor Schluss quasi beim Transfer-Fans. Deswegen hat er, glaube ich, noch gar keine richtige FIFA-Karte bekommen damals. Das Einzige, was ich wieder finden konnte, war halt so FIFA. Der Stand halt, der aktuellste Stand wieder vom 17.09. Da hat er auch eine 60. Jetzt auch wieder eine 60. Hat ja auch letztes Jahr keine große Rolle gespielt. Ich glaube, im ersten Spiel gegen Freiburg kurz eingewechselt worden. Danach nicht mehr. Auch Verletzungen gehabt. Auch gerade eben noch verletzt aktuell. Deswegen auch da. Ja, 60er Bronze-Karte. Was willst du da groß zu sagen? Und dann war es das von diesem schönen Rating-Video hier. Wollte ich einfach mal machen. Heute der schöne Double-Upload dann. Wie gesagt, gerne in den Kommentaren, was ihr so zu den Werten sagt. Was ist das für den FIFA-Ratings? Sagt natürlich spezifisch zum VfB, aber auch gerne generell. Das ist ja auch mal ein sehr, sehr heißes Thema, gerade unter FIFA-Zockern. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.